Auf das uns bei unserem Abenteuer nichts in die Quere kommt. Emily, ich kann nicht nach Südamerika fliegen. W-was? Außerdem mach ich mit dir Schluss. Wann? Na genau jetzt. Du bist mittendrin. In diesem Moment. Du willst darauf nicht verzichten. Nein, hör auf damit. Du armes Ding. Du siehst grauenvoll aus. Danke. Wir stehen das durch. Das reicht. Alles klar. Okay. Guck mal, wie cool du warst, Mom. Komm, pack deine Sachen. Wir fliegen nach Südamerika. Auf gar keinen Fall. Es dauert zwei Jahre, einen Urlaub zu planen. Das weiß jeder. Du machst gar keine coolen Sachen mehr. Das ist nicht wahr. Ich hab einen Topferkurs an der Volkshochschule gemacht. Tada. Ich hab dir gesagt, das ignoriere ich. Die hast du gemacht und sie ist schrecklich. Okay. Hier hängen die um. Was ist das? Eine Vergewaltigungspfeife. Das ist eine Hundepfeife, Mom. Denkst du mich vergewaltigen Hunde? Oh mein Gott! Sie funktioniert. Du siehst aus wie eine Imkerin. Die Sonne ist gefährlich. Du machst viel zu viel drauf. Ich fühl nicht, dass du vor meinen Augen hast. Du machst viel zu viel drauf. Wir gehen heute aus. Ich definitiv nicht. Du verpasst den ganzen Spaß. Sei nicht immer so ängstlich. Was ich brauche ist ein abgefahrenes Abenteuer. Darf ich mich zu dir setzen? Hey, der Typ redet mit dir. Ich rede mit dir. Er meint nicht dich, sondern mich. Ich bitte? Könntest du dich verpissen? Du lenkst ihn ab. Hey! Hey! In the club of my baby. Wo zum Teufel sind wir? Auf der Panoramastraße. Oh mein Gott! Wir wurden liebendigstmäßig entführt! Ich hole uns hier raus. Lasst's halten, Mom! Komm schon! Mom, das war der Knaller! Ich kenne einen Mann, der sich um euch kümmern kann. So fängt sexuelle Sklaverei an. Okay, Mom. Die Leute wollen junge, hübsche Frauen. Soll ich mich vielleicht im Dschungel verstecken? Nur zur Sicherheit? Nein, ein dein aufgedunseltes Gesicht wird dich schützen. Ich habe einige Posen. Die würden dich total umhauen. Ich bin auf den Körerei. Okay, was? Ich bin auf den Körerei. Ich bin auf den Körerei.